Los geht 3. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind hier nach wie vor noch in der Senke vom Druidenhain und ich hatte mich ein bisschen hier umgeschaut. Das war der letzte Stand der Dinge. Ich mache jetzt mal eine große Rast. Zumindest gehe ich mal ins Lager, weil ich doch gerne mit Will sprechen möchte. Den hatten wir hier gefunden. Ich schätze mal, das ist ja ein Paladin. Nehme ich mal an. Wir gehen jetzt erstmal einmal ins Lager. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, ja, das Problem ist ja, wir dürfen immer nur zu fünft sein, beziehungsweise zu viert sein. Zu fünft hier mit einem Begleiter. Tja, wo ist er denn? Wo steht er? Da. Genau, einmal mit ihm sprechen. Wie kommt es, dass die Klinge der Grenzen einen Teufel in den Höllen jagt? Sagt mir, Will, wie kam es, dass ihr zur Klinge der Grenzen geworden seid? Mir ist euer Steinauge aufgefallen. Habt ihr das echte Auge im Kampf verloren? Ich nehme an, auf euren Reisen seid ihr keinem fachkundigen Heiler begegnet. Kommt doch in meine Gruppe. Wie kam es, dass ihr zur Klinge der Grenzen geworden seid? Mein Vater hat einmal gesagt, dass man nicht ein Klinge der Grenzen hat. Man nur sagt, dass es seine Klinge der Grenzen ist. Also, das war für mich. Ich war nach dem Klinge der Klinge, als ich das hörte. Ein Kind, der aus einer Klinge von einer Klinge der Klinge. Ich habe ihn in den Fieden, flankiert von Goblins. His Mutter's corpse bled in den Boden, neben ihm. Was könnte man besseres tun, als ein Leben zu retten? Ihr müsstet stolz gewesen sein. Und er hat euch zur Klinge der Grenzen ernannt. Was wohl aus dem Jungen geworden ist, Goblins ermerbliche Abschaum leicht zu töten, kein Grund, einen Fass aufzumachen. Und vorher, und doch habt ihr einen Teufel in den Höllen gejagt. Wie kam es dazu? Wie gut könnt ihr schon sein? Nein, ich habe noch nie von euch gehört. Also, diese... Äh, habt ihr dabei euer Auge verloren beim Kampf gegen die Goblin? Ich möchte über etwas anderes reden. Äh, und doch habt ihr einen Teufel in den Höllen gejagt. Wie kam es dazu? Karlax' Feuer raged in Baldur's Gate, bevor sie zu Avernus erhielt. Wie meine Sorge sagte. Und sie war planen, um zurückzuholen. Ein von den Arche-Devilen, Zariel. Chaos-Inkarnat. Ein Teufel mit pure Feuer für ein Herz. Ich habe meinen Weg in Avernus gemacht, um sie zu stoppen. Sie fliegt von meinem Reicht. Sie schlug sogar über das Mindflayer-Ship, als sie durch die Hölle schlugte. Ich folgte in nahem Pursuit. Okay, wer ist diese Kontaktperson? Es ist kein Kinderspiel, von der Schwertküste zu den Höllen zu reisen. Wie habt ihr das geschafft? Ich frag erstmal das hier. Das ist mir schon wieder ein bisschen zu persönlich. Okay, alle haben irgendwelche Geheimnisse natürlich, ne? Hexenmeister. Ja, da ich jetzt keine andere Option habe. Gut, hiermit komme ich zum Dialog bestimmt zurück. Aber ich versuche mal, die Hexenmeister-Fähigkeit einzusetzen. Ich frage mal einmal noch nach dem Heiler. Okay, also alles dreht sich erstmal um den Hain. Da haben wir gleich noch genug zu tun. Mir ist euer Steinauge aufgefallen. Habt ihr das echte Auge im Kampf verloren? Er ist definitiv auch vorsichtig, ganz klar. Tja. Die Gruppenkonstellation gefällt mir jetzt wirklich eigentlich schon gut, ne? Ich mag Lasel. Ich mag Gale. Ich mag Schattenherz. Das ist ein bisschen schlecht, dass man nur drei mitnehmen kann. Der Verdorte hat was für uns. Schauen wir da nochmal nach. Nicht dieser. Nicht dieser. Oh, wir sind alle unwürdig. Okay. Und dieser, weniger wertvoller. Was tut ihr denn noch unwürdiger? Weite Rätsel von meinem ansässigen Spaßvogel. Ich bin nicht zufrieden. Ich spreche nur was, ich spreche nur was braucht Telling. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the trecherskult of the Absolute. Okay. Okay. Okay, wir können also durch ihn absolute Beschwören lassen. Für nichts als ein Almosen könnte ich die würdigsten unter ihnen beschwören, auf das sie euch bei eurem Unterfangen zur Seite stehen. Werden diese Mietlinge bereitwillig zu mir stoßen? Glaubt ihr, ich kann diesen Kultisten trauen? Ich will meine Klasse ändern oder zurücksetzen. Naja, wir haben ja vorhin schon welche erledigt, ne? In einer der letzten Folgen. Die Anhänger waren von denen. Naja, okay. Er bleibt schön neutral, theoretisch gesehen. Mhm. Ähm, werden diese Mietlinge bereitwillig zu mir stoßen? Ich möchte über die Mietlinge reden. Sehr gut. Einen Mietling rekrutieren, 100. Einen Mietling entlassen, okay. Okay. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was Sache ist. Ich überlege jetzt noch, wenn ich jetzt, äh... Wen soll ich austauschen, ne? Ich will eigentlich keinen austauschen. Bekommt man noch einen Platz dazu? Gail ist gut, sie ist gut, Schattenherz ist auch gut. Wenn, dann würde ich, äh... LaZelle austauschen. Gegen Gail, äh... Gegen, äh... Will. Äh, wo ist sie da? Mal gucken, was sie zu sagen hat. Oh, oh, sie wird wütend sein, wenn ich sie austausche. Sie sind sicher, dass, äh... Seid ihr sicher, dass eine Krippe der einzige Weg zur Heilung ist? Eure Züge sind ungewöhnlich. Die Tjanki sind hier nicht gerade häufig. Wisst ihr viel über Gedanken, Schinder. Wartet im Lager auf mich. Also nicht, dieses Ding mit der Krippe zu verfolgen. Irgendwie ist das nicht mein Ding mit der Krippe. Diese Art von Weisheit ist sehr kostbar. Bücher sind so fehlbar wie die, die sie schreiben. Vollkommen verstehen, so ein Unfug. Ja, ja. Naja, das ist so alles ein bisschen übertrieben, ne? Das ist mir alles irgendwie ein bisschen too much. Wartet im Lager auf mich. So, Will. Will, dann kommen sie mal rein ins Lager, äh, in die Gruppe. So. Stufenaufstieg, werfen wir mal einen Blick auf ihn. Etwas detaillierter. Was kannst du für uns tun? Hexenmeister? Ich hätte gedacht, er ist ein Paladin. Ja, Will. Ich bin selbst Hexenmeister. Ich habe jetzt wirklich gedacht, er ist ein Paladin. Ja, das ist ja jetzt natürlich... Dann nehmen wir mal die brennenden Hände. Und hier nehmen wir den qualvollen Strahl. Und... Den... Äh, du kannst falsches Leben als Zauber des ersten Grades auf dich selbst wirken. Moment mal eben. Wenn du willst, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Falsches Leben gewährt dir sieben temporäre Trefferpunkte. Ja. Nehmen wir mal die. Mit dem zweiten Hexenmeister. Warum? Habe ich doch gerade angenommen. Ach so, nochmal Stufenaufstieg. Alles klar. Ähm... Gehen wir mit ihm auf Feuer. Sengender Strahl. Paktvorteil, Pakt der Kette, Pakt des Folianten, göttliche Führung, gehässiger Spott oder Dornenspeitsche. Ähm... Was haben wir hier nochmal? Göttliche Führung, Spott, Dornenpeitsche 1-6, Pakt der Klinge. Nimm das mit der magischen Waffe. Mal gucken, was er da rausmacht. Annehmen. Zwei Hexenmeister in der Gruppe. Das ist ja eine sehr, sehr magieorientierte Gruppe jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob die Wahl so gut ist. Aber wir schauen einfach mal. Ja, Astarion. Ich bin sehr an deiner Geschichte irgendwie interessiert. Aber andererseits, ich kann keine Schurken bleiben. Ich weiß, dass die Schurken ziemlich mächtig sind. Natürlich, logischerweise, generell. Aber ich mag auch keine Schurken zu spielen und so weiter. Tja. Ich mach mal ne lange Rast. Tja. Oh ne, ne? Wer kommt... Oh ne, ne? Gerade hab ich ihn erwähnt. Oh ja, ist klar. Game. Was machst du mit mir? Das ist jetzt voll so richtig beißen. Ja, man hat es sich gedacht, ne? Nahkampfangriff. Dir einen Flock schnappen und dich auf das Monster stürzen. Was habt ihr das letzte Mal getötet? Diese Woche? Gestern? Das ist jetzt natürlich, äh... Also ich neige ja dazu, ihm also einen Flock direkt reinzujagen, ne? Obwohl mich das ja, äh... Also ich sträub mich irgendwie dagegen. Aber andererseits, ich hab... Wie gerade gesagt, das ist doch jetzt... Ist das jetzt Schicksal oder Zufall oder was? Ich sage gerade eben, ich hab eigentlich nix übrig für Schurken lassen. Generell so. Einfach, ne? Persönliche Vorlieben. Würde mich schon reizen, ne? Aber seine Story würde mich auch reizen. Kommt in dem nächsten Durchgang. Die Story. Und jetzt mal irgendwie... Minus eins von Stärke plus zwei von Nahkampfwaffeübung. Nahkampfangriff würfeln. 14. Bonus hinzufügen. Plus sechs. Oh, Mann. Noch kann ich abbrechen, ne. Wir machen... Was ist denn hier? Warte mal ganz kurz. Oh, bin hier blau. Na, wir bleiben hier bei unserem. Soll ich oder soll ich nicht? Oh, Mann. Astarion. Du steigst aus. Oh, Mann. Auch noch mit der stumpfen Seite zuerst. Hast du das gesehen? Und jetzt? Wieder schlafen, als wäre nix gewesen. Oh, Mann. Okay. Okay. Okay, die sind ja alle... Es war ein Fehler und wir werden ihn nicht wiederholen. Wir haben Verbündete gebraucht, es war das Risiko wert. Ich weiß nicht, ich fand ihn amüsant. Naja, ich hab ihn ja gerade erledigt. Ähm, es war das Risiko wert. Okay. Der bleiche Elf, jetzt muss ich natürlich mal nachgucken. Abgeschlossen. Ja, okay, so kann man auch ein Quest abschließen. Astarion ist gestorben, keine Zeit für eine Beerdigung. Krass, ne? Ist schon irgendwie krass. Der Magier von Tiefwasser. Reise mit Gale weiter. Ein Magier namens Gale hat sich der Gruppe angeschlossen. Er behauptet, dass er auf dem Nautiloiden gewesen sei, was bedeutet, dass er ebenfalls infiziert ist. Die Tjanki-Kriegerin, die Klinge der Grenzen. Wir haben Will rekrutiert, einen Monsterjäger, der als die Klinge der Grenzen bekannt ist. Es ist seine Mission, die mächtige Teufel in Kalach zu töten, die eine Gefahr für die ganze Schwertküste darstellt. Okay, jetzt haben wir im Druiden-Ein, also hier im Hauptquest, das ist alles Hauptquest. Okay, rette die Druiden Halsin, rufe Heilerin Netti zu Hilfe, finde die Tjanki-Krippe. Oh, die Tjanki-Krippe ist Hauptquest. Okay. Druiden-Ein, rettet die Flüchtlinge, trifft dich mit Kaga. Kaga, die Anführerin der Druiden, will mit uns sprechen. Rette Alabella. Wir erfuhren, dass ein Kind namens Alabella Arabella von den Druiden festgehalten wird, die ihm Diebstahl vorwerfen. Wir sollten nach dem Mädchen sehen. Rufe Heilerin Netti zu Hilfe, finde die Heilerin Netti. Okay. Im Inneren Heiligtum, wir müssen durch die Steintür als nächstes. Suche im Goblin-Lager nach Halsin. Okay. Finde Zoru. Lasell sagte, dass die Gityanki uns wahrscheinlich heilen können, wenn wir eine ihrer Krippen finden würden. Na, ihr traue ich irgendwie auch nicht so richtig. Das ist krass. Jetzt kann ich ihn auch noch plündern. Achso, das ist einfach so ein ganz normales... Ja, Astarion. Das ist... Das ist schon ein bisschen crazy jetzt, ne? Kann ich eigentlich die UI ausblenden? Ich gucke mal einmal kurz in den Optionen. Tastenbelegung, Kamera drehen, hineinzoomen, Kamera rechts, kann ich hier, ne? Taktische Kamera ein, aus. Beschriftung von Gegenständen, Charaktere, Eingabe, Methode wechseln, Felder auswählen, Gegenstand nach links, Hauptangriff interagieren. Kontextmenü, kurze Rast, Ping, Tooltip ausklappen. Verstecken ein aus, Video überspringen. Alchemie, alle Gegenständen, Fenster schließen, Charakterbogen. Medizin, Infos, Inspiration, Inventar und Ausrüst, ich kann das nicht ausblenden. Tagebuch, Tooltip anpinnen, Zug beenden, Zug noch nicht beenden. Interface, Pings, Anzeigen, Komplette, Tooltips, Untertitel, Sprecher, Text, Hintergrund, Opazität, Dialoggröße, sieht jetzt nicht so aus, ne? Na gut. Okay, krasse Sache. Das ist, äh, ich hab noch nicht so ganz verarbeitet, was ich da jetzt gerade veranstaltet hab, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich wollte mich hier gerade mal ein bisschen positionieren noch für einen. kleinen Screenshot. Tja, Astarion. Mal auf die Seite eben so machen. Ganz kurz einmal. So schaut's aus. Oder so einfach nur. Ja, okay. Mit dem Vlog erledigt. Ich weiß nicht, was es für Konsequenzen hat. Aber gut, was sagst du denn dazu? Chuk, beware your false promises. The missing druid, Halcin was it? He may be talented, but only a Githyanki's safest can cleanse and embedded tadpole. Okay. Sie sagt nichts zu Astarion. Okay, gut. Dann einmal zurück zum Hain. Mit der neuen Truppe. Mit der neuen Truppe. Nicht falsch gelaufen. Ach nee, einmal hier. Ja. Hier direkt durch. Tja, das ist die Frage, ne. Wie weit wirklich diese Larven uns beeinflussen. Bis jetzt habe ich denen ja auch noch nicht nachgegeben. Wir müssen einfach mal schauen. So, jetzt erstmal etwas ins Innere. Ich schaue nochmal einmal ganz kurz. Hier unten sind noch Händler, die ich mir noch nicht angesehen hatte. Sind die hier oben? Sind die das, oder? Bei meinem Schmied? Lasst mich eure Waren sehen. Die Schmiede fällt ja gleich auseinander. Na. Okay. Muss ich jetzt wirklich die Sachen reparieren? Wenn ihr die repariert haben wollt. Da war gar nichts damit, ne? Soweit ich weiß, ist ja auch keine Reparaturoption. So, was nimmt er hier? 143, 1 bis 8 Schaden. 1 bis 10 Schaden. 143. Naja, da könnte man jetzt vielleicht mal noch ein bisschen was machen. 2 bis 12 Schaden. Aber ich will erstmal abwarten, was ich halt alles finde, ne. So, mit Reparieren steht hier nichts. Also gehe ich auch nicht davon aus, dass es nötig ist. Wir schauen erstmal. Okay, mit den Maschinen werden wir auch noch Wartung kriegen, vermute ich mal. Es wird ja hier so gut wie gar nichts erwähnt, womit man nicht später im Verlauf irgendwas zu tun hat. Das ist schon so. So, was haben wir hier? Okta? So, was ist das genau? Ich habe keinen Hunger. Was ist das genau? Bisschen nehmen. Gegenstand erhalten, Grütze. Schweineschulter-Schneidbrett. Okay, da kann ich mir einfach Essen abholen. Tantchen-Ethel. Tantchen-Ethel. Ah, Tränk und Tinktur, das ist krass. Ähm, dich umsorgen lassen, warum nicht? Trinken. Mir ging es gut, war nur ein Knochen-Harter-Tag. Oh, stopp! Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Okay, was gibt's für Tränke? Zeigt mir eure Waren. Gegenstand erhalten, Trank der mächtigen Heilung. Trank des Federfalls, wo ist der denn? Trank des Sprechens mit Tieren, Heiltrank. Ist der jetzt in der Leiste, aber dann müsste er doch trotzdem hier im Inventar sein, oder stehe ich gerade auf dem Schlauch? Egal, gucke ich später. Wasser, Trank der mächtigen Heilung, 8 bis 20 heilen. 35. Das ist schon gut, ne? Den könnten wir schon mal mitnehmen. Schweinekopf, Lagervorräte, Elixier der Arkanen-Kultivierung. Scherzhaft als Magierbad bezeichnet, kann überall wachsen, wo das Gewebe stark ist. Kombiniere drei davon, um Vitriol zu erzeugen. Trank der Unsichtbarkeit. Scherzhaft als Magierbad bezeichnet, Korrellons Gnade, Faustkämpfer, Naturtalent, du erhältst einen Bonus von plus 1 auf waffenlose Angriffe. Ähm, einmal auf Handeln. Okay, sie hat auch sowieso nur einen gehabt, okay. Na gut. Take care now, sweetie. Machen wir. Wir passen auf uns auf. Ja, wir schauen mal. Aber jetzt wollte ich eigentlich gar nicht quatschen, sondern einmal durch das Steintor gehen. Was ist das? Kann ich gerade nicht nutzen? Kann ich gerade nicht nutzen? Wie kann ich den denn wegspringen? Okay, keine Ahnung. Kommt vielleicht noch? Jetzt mal wieder hoch. Ich bin sehr gespannt, ob das mit Astara in irgendwelche Folgen jetzt hat, oder ob das dann einfach erledigt ist. Dann schauen wir mal. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, moin. Die bin Gift, was hat das Mädchen wirklich verbrochen? Einsperren, sie ist ein Kind. Eine der Wachen meint, ihr wolltet mich sehen. Hier bin ich. Erstmal das. Wenn ich jetzt nicht nochmal die Möglichkeit habe, darauf einzugehen, ne? Locke sie auf. Sie bleibt hier, bis das Recht ist complete. Und keep still, Devil. Tila ist restlos. Komm, Koga. Wir haben die Idol zurückgebracht. Sicherlich... Mach es. Natur. Vorteil, Nachteil, situationsabhängig. Intelligenz ist bei mir natürlich nicht großartig ausgeprägt. Überzeugen, lass die frei. Ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht. 1D plus 3 und 3 von Charisma. Überzeugen. 4 bis 7 plus 3. 12 müssten wir schaffen. Oh, shit. Oh, haben wir noch einen Versuch? Gib mir noch einen Versuch. Ja, gut. Komm schon. Ja. Sehr schön. Allerdings habe ich jetzt mein Versprechen gegeben, ne? Ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht. Ja, ja. Was hat sie denn jetzt? Was hat sie denn jetzt? Master Halson ist nicht hier. Halson ist nicht hier. Halt seinen Namen auf deiner Sprache. Lass Tila es pierce. Okay. Okay, also. Erstmal rettet Arabella. Abgeschlossene Quest. Tochter der Dunkelheit. Reise mit Schattenherz weiter? Ne. Rettet Arabella. Kehre zu Arabellas Eltern zurück. Wir konnten Arabella retten. Die sofort zu ihren Eltern rannte. Das mache ich jetzt auch erstmal. Bevor ich die jetzt anspreche. Okay, wir gehen erstmal wieder raus zu den Eltern. Eins nach dem anderen. Tja, Halsin ist irgendwie... Rettet Halsin, ne? Halsin scheint ja hier der Oberdroide zu sein. Oder irgendwas in der Art. Und hier die Gute ist ja nicht gut auf ihn zu sprechen. Tja, ich bin halt ein guter Hexer. Ich hoffe, wir sehen uns unter besseren Umständen wieder. Ich habe eure Tochter gerettet. Habt ihr nicht mehr als nur Dank für mich? Das hätte böse enden können. Behaltet sie ab jetzt im Auge. Behalte deine Langfinger ab jetzt bei dir. Klar, Arabella. Naja. Volksheld, Schlangenflüsterer. Morlai Tail ist inspiriert. Arabella ist sicher. Ihre Eltern sind uns für ihr Eingreifend dankbar. Du erhältst. Komiras Medaillon gewährt dem Träger die Fähigkeit, tanzende Lichter zu wirken. Tanzende Lichter, Hervorrufungszaubertrick. Annehme. So, sie haben Redebedarf. Ne, das hatten wir gerade erst. Das kommt später. Aha, okay. Genug der Komplimente, worauf wollte ich hinaus? Das beruht nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit. Also, ich muss beim nächsten Mal unbedingt ein Fiesling spielen. Wie erfreulich, das zu hören. Du, meine Katze. Du meinst, ich habe diese Kondition, sehr unterschiedlich von der Parasite, die wir sharen haben. Oh. Das Anstecken lässt sich das heilen. Ihr lügt entweder oder seid wahnsinnig oder täuscht mich in anderer Weise. Ihr seid nicht, für den ich euch hielt. Welcher Zustand. Ich weiß nicht, dass es... Also, als ob man keinem trauen darf. Eure Krankheit führt dazu, dass ihr Rohr Magie verschlingen müsst. Darüber will ich mehr erfahren. Von welcher Art Gegenständen sprechen wir? Würde das den Gegenstand nicht ruinieren? Was geschieht, wenn ihr keine Artefakte konsumiert? Wollt ihr sagen, ihr seid süchtig nach Magie? Ja. Ja, ja. Wir sollen jedem vertrauen. Haben wir bei Astharion gesehen. Mir schleierhaft, warum ihr dabei meine Hilfe braucht. Ihr seid doch auch bisher ohne mich zurechtgekommen. Sagt nichts, ihr sollt kriegen, was ihr braucht. Von einem solchen Zustand habe ich noch nie gehört. Ich sage, ihr seid nur auf Beute aus. Ich frage ihn mal, wo wir die finden. Na? Ihr wollt also, dass ich mein Leben für euch riskiere? Das ist schon irgendwie so. Hat er jetzt die Vampirrolle übernommen, oder ist das immer so? Also, ich habe Astharion gekillt, so nach dem Motto, und Astharion brauchte Blut, und er braucht jetzt Magie? Magische Artefakte? Die Larve nutzen, um Gales Gedanken zu ergründen. Ich habe bereits mächtige Magie in meinem Besitz. Nehmt, was ihr braucht. Ich will das erstmal wissen. Die Larve nutzen will ich ja eigentlich nicht. Aber jetzt will ich es wissen. Okay. Okay. You become one in Gales Mind. And you can feel something sinister oppressing you. It's inside of you. A mighty darkness radiating from your chest. You could try to push further, but your hold over Gale feels brittle. Wenn wir einmal dabei sind, ziehen wir es auch durch. Es ist ein Buch, ein Buch, ein Buch, und plötzlich wird eröffnet. In der Mitte gibt es keine Buchstaben, nur eine Schmerzung, 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 als er sich durch und wird ein Teil von dir. Und Gott, ist es immer fütig? Sie halten mir in der Schmerzung, oder? Hier ist was los, ey. Schwarzes Gewebebuch. Aber ihm trau ich halt irgendwie, ne? Welchen Gegenstand soll ich denn jetzt im Gepäck haben? Ich habe, glaube ich, ein paar Runen gefunden, ganz am Anfang, und die sind im Lager, die meint er, wenn dann bestimmt, ne? Keine Ahnung, nimmt er sich die jetzt automatisch? Okay, gehen wir erstmal wieder rein. Und dann Haltsinn. Haltsinn müssen wir auf jeden Fall finden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ihr hier trau ich auch nicht. Kaga, ich trau dir nicht. Kann ich hier erstmal einfach weiter durch mich umsehen? Nettie, die Heilerin, ne? Gehen wir erstmal zu Nettie, mal hören, was sie sagt. Portrait von Lohse. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Einen Moment. Es ist, vielleicht kann ich. Da. Es geht mit ihr jetzt. Leben oder Tod. Jetzt, was? Drow. Die letzte Mal, als ich gesehen habe, einen von euch, hat er versucht, mich öffnen. Ich hoffe, ihr seid mehr agreeable. Wo habt ihr noch einen Drawer gesehen? Genug. Ich brauche eure Fähigkeiten. Das kommt darauf an, wie gut sind eure Heilkünste. Ich suche Nettie. Ihr habt sie gefunden. Aber ich weiß noch nicht, was sie für euch tun kann. Wisst ihr was über die Gedanken, Schinder? Ich habe gehört, dass Haltsinn hier der beste Heiler ist. Ich muss zu ihm. Du und jede andere Seele hier. Ich kann helfen, wenn etwas falsch ist. Ich bin kein Master Haltsinn, aber ich kann es gestalten. Wisst ihr was über Gedanken, Schinder? Warum fragst du? Mir ist etwas ins Auge gekochen. Es sah wie ein Tadpon. Aber aus deinem schlimmsten Geheimnis. Alle Slime, Zähne und Tentacke. Ihr kennt die? Könnt ihr mir helfen? Gibt es ja noch andere? Mir ist ja kein Frosch ins Auge gehüpft. Wisst ihr was? Egal, ich hole mir anderswo Hilfe. Ihr kennt die? Könnt ihr mir helfen? Ich... Ich... Er legt ein Drawer. Da soll ich jetzt rein. Ja. Ist klar. Ja, und ich habe den gleichen Parasiten. Ich hoffe auf eine weniger tödliche Heilung. Ja, also habt ihr ihn getötet und auf den Tisch gelegt? Ist denn jeder hier von Gedankenschindern besessen? Ich dachte nicht, dass das so verbreitet ist. Okay, darauf reagiert sie gar nicht. Zieht? Ja. Zieht. Zieht. Zieht... tja sie war ja jetzt nicht sehr vertrauenserweckend es könnte aber erst einmal erzähl ich mich über deine Symptome hast du gesehen, etwas strange passiert? nichts? du sicher? ok Ne, ich will Hals hin erst besorgen. Das ist mir, äh, die ist mir nicht vertrauenserweckend genug. Aha. Sie zuerst angreifen und schnell töten? Nein. Ausweichen, wenn sie sich auf dich stürzt. Einschüchtern. Okay. Die Draw hat sich nicht verwandelt. Ich werde es auch nicht tun. heilkunde ich habe keine symptome das heißt dass ich noch zeit habe ist zwei von weisheit geschichte noch mal einschüchtern überzeugen plus drei von charisma wie wir den mal einmal was sagt sie jetzt ich will die chance haben ein heilmittel zu finden nur ich kann diese goblins aufhalten ihr braucht mich genau wie gut dass ihr es eingesehen habt all right but on one condition this is a vial of wyvern poison swear to me you'll swallow it if you feel any symptoms swear it i hope it doesn't come to that but thank you schatten ist einverstanden you know i've spent my life treating folk and never once saw a mind flare infection then suddenly there's dozens of you maybe more master halston and i were tracking studium train to figure out what the hell was going on tja keine ahnung warum was meint ihr welche veränderungen zu erwarten sind ihr müsst doch irgendwie erfahren haben irgendetwas erfahren haben als sie sie studiert hat sagt mir einfach ob es eine rettung gibt oder nicht for one that thing in your head is like nothing we've ever seen from my friends it's one of their worms for sure but this one gives you powers telepathic connection und ein bisschen mehr noch ist das eine gute nachricht ihr sagtet ihr verfolgt noch andere opfer ein bisschen mehr aber es gibt noch viel mehr nicht wissen wir infectiert die Leute wie dich haben sie convergen auf ein altes Salon und ich habe keine Ahnung warum wenn Mäster Halston hörte die 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 Okay. Okay. Also. Wir müssen auf jeden Fall uns mit den Goblins auseinandersetzen, um Halsten zu finden. Stell dir jetzt vor, ich hätte sie gekillt. Wie viel Dialog ich jetzt nicht mitbekommen hätte, ne? Mir scheint, ihr stellt alle möglichen Thesen auf, die mich umbringen können. Seid ihr sicher, dass er mich heilen kann? Klingt nach Selbstmord. Nee, wir suchen ihn. Danke. Es würde alles für die Goblin sein. Für mich. Ich wünsche, ich könnte dir mehr erzählen. Aber nur die Erinnerungen wissen, was da passiert ist. All I can say for sure, ist, der All went to the old temple of Saluna. Und Master Halsten didn't make me back. Der wird wahrscheinlich hinterm Goblin, hinterm Goblin-Dorf liegen, ne? Remember the Vial. Remember your Oath. Na, jetzt habe ich auch noch einen Eid geschworen, mich selbst zu töten. Gegenstand erhalten, Weiwann-Gift. Abgeschlossen. Rufe Heilerin Nettie zu Hilfe. Um Ansehen J drücken. Abgeschlossen. Nettie wollte uns vergiften, aber es gelang uns, ihr das auszureden. Sie ließ uns gehen, aber wir mussten ihr versprechen, dass wir uns selbst umbringen würden, falls wir uns verwandeln sollten. Okay. Sehr, sehr spannend alles. Und das war jetzt auch wieder... Kann ich die nehmen? Ne, ist so rot. Ich will jetzt hier erstmal nichts klauen. Das war jetzt auch nochmal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie viel Dialog man manchmal verpassen kann, wenn man eine andere Entscheidung trifft. Oder wie viel Dialog man vielleicht auch dazu bekommt, ne? Also im Endeffekt siehst du ja nicht die 179 Stunden Cutscenes oder 176, die es im Game gibt am Stück, sondern es ist eben tatsächlich dialogabhängig. Der Wiederspielwert ist einfach enorm. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass bitte sehr gerne ein Like da. Sehr gerne auch ein Abo mit aktivierter Glocke. Und dann sehen wir uns bald wieder. Und jetzt kommt noch der Abspann. Ich sage ciao, ciao.